Mit rund 9 Millionen Einwohnern ist London, Grossbritanniens Hauptstadt, die drittgrösste Stadt Europas. Heute geht es um die drei bekanntesten Selbstwürdigkeiten Londons. Das London Eye, den Big Ben und die Tower Bridge. Das London Eye ist ein Riesenrad am Ufer eines Flusses, der quer durch London fliesst. Die Zugbrücke in London namens Tower Bridge ist eine Brücke, die sich aufklappen und zuklappen kann, damit Schiffe und Autos rüber und runter hinweg fahren können. Der Big Ben ist ein Turm mit einer grossen Zeitanzeige. Und jetzt gehen wir weiter nach Istanbul. Istanbul liegt im Nordwesten der Türkei zwischen dem Schwarzen und dem Marmara Meer. Es hat eine Fläche von 5343 Quadratkilometern und im 2018 hatte es über 9 Millionen Einwohner. Eine der beliebigsten Selbstwürdigkeiten von Istanbul ist die Hagia Sophia. Sie wird auch Sophienkirche genannt. Seit 2020 wird sie wieder als Moschee benutzt und vorher war sie ein Museum. Die grösste Stadt ist Moskau. Steckbrück. Die Lage ist in Zentralen Russland. Gegründet wurde sie 1147. In Moskau leben mehr als 12 Millionen Menschen und sie hat eine Fläche von 9800 Quadratkilometern. Moskau ist eine der grössten Städte Europas. Sie ist nicht nur für ganz Europa wichtig, sondern auch für Russland selbst. In ihr liegen nämlich viele Orte der Welt Kultur-Erde. Das sind wichtige Orte für Kultur und Geschichte. Das Wichtigste in Moskau ist wohl der Rotenplatz. Wir danken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.